Ich atme tief ein durch die Nase, fülle meinen Bauch, fülle meine Lungen mit meinem Atem und atme langsam wieder aus. Ich atme aus, mein Bauchnabel zieht sich zurück Richtung meine Wirbelsäule und mein Pirineum, meine unteren Bauchmuskeln, spannen sich an. Und ich atme wieder ein, tief, fülle meinen Bauch mit Luft, fülle meine Lungen mit Luft, mein Brustkorb öffnet sich. Der Sauerstoff, der Atem steigt über die Wirbelsäule bis in mein Gehirn. Ich halte die Luft kurz an. Ich zähle auf 1, 2, 3 und atme wieder langsam aus. Mein Bauch wird leer, mein Bauchnabel geht langsam zurück Richtung Wirbelsäule. Mein Pirineum, meine unteren Bauchmuskeln, spannen mich sich an. Ich atme noch einmal langsam ein durch die Nase. Mein Bauch füllt sich, mein Brustkopf füllt sich, meine Lungen füllen sich. Der Atem steigt in meinen Kopf, in meinen Hirn. Und dort halte ich die Luft kurz an und fokussiere auf meinen Scheitelpunkt, ganz oben auf meinem Kopf. Und nun atme ich wieder aus. Langsam lasse ich meinen Atem nach unten sinken, durch die Nase aus. Durch die Nase ausatmend, spüre ich, wie mein Bauchnabel nach hinten geht, zu meiner Wirbelsäule. Ich spanne mein Pirineum an und meine unteren Bauchmuskeln. Und nun entspanne ich mich. Ich atme nochmal ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. In der Dunkelheit hinter meinen geschlossenen Augen sehe ich, wie sich ein Raum öffnet. Dieser Raum ist unendlich groß. Ich spüre, wie ich in eine Richtung meine Aufmerksamkeit in die Unendlichkeit richten kann. Ich schaue geradeaus in die Unendlichkeit und ich spüre die Unendlichkeit. Ich spüre die große, breite, weite Unendlichkeit. Ich nehme nur meine Aufmerksamkeit und richte sie nach hinten, immer noch in dem unendlichen Raum stehend. Gehe ich nach hinten aus meinem Kopf heraus und richte meine Aufmerksamkeit in die Unendlichkeit nach hinten. Und ich gehe weiter und es wird weiter und weiter und ich merke, wie dieser Raum sich weiter öffnet und vergrößert. Und nun gehe ich nach oben in diesem unendlich großen Raum und richte meine Aufmerksamkeit nach oben in die Unendlichkeit. Der Raum wird größer und größer. Meine Aufmerksamkeit bestimmt die Größe des Raumes. Meine Aufmerksamkeit richtet sich in die Unendlichkeit. Und ich reise in diesen unendlichen Raum her und ich bewege mich mit meiner Aufmerksamkeit in diesem unendlichen Raum in alle Richtungen. Es wird ein riesengroßer Kreis, ein unendlich großer Kreis. Er ist unendlich groß und ich spüre nun diese Unendlichkeit, in der sich meine Aufmerksamkeit bewegt. Die Aufmerksamkeit reist durch die Unendlichkeit. Ich fühle mich in Unendlichkeit geborgen. Ich fühle mich in meinem ganzen Körper. Ich fühle mich durch die Unendlichkeit mit allem verbunden. Alles ist durch meine Aufmerksamkeit in der Unendlichkeit verbunden. Und ich verweile hier in diesem unendlichen Raum der Unendlichkeit mit meiner Aufmerksamkeit. Ich merke, wie mein Körper sich entspannt in die unendliche Aufmerksamkeit. Wir sind eins, meine Aufmerksamkeit in die Unendlichkeit und mein Körper. Wir wachsen gemeinsam in die Unendlichkeit. Mein Körper wird leicht. Er fühlt sich verbunden an mit der Unendlichkeit. Ich atme und bleibe in diesem unendlichen Gefühl der Weite, der Leichtigkeit. Ich erfülle mich mit einem Gefühl der Freiheit. Und ich öffne mich. Ich spüre, wie mein Herz Teil dieser Unendlichkeit ist. Die Unendlichkeit und die Freiheit, die von meiner Aufmerksamkeit immer weiter vergrößert wird, beinhaltet mein Herz. Ich sehe, wie mein Herz wächst in diese unendliche Freiheit. Wie es groß wird, wie es sich verbindet mit der Unendlichkeit. Ich konzentriere mich auf mein Herz. Ich atme durch mein Herz ein und aus. Ich sehe, wie mein Herz mit der Unendlichkeit verbindet. Jeder Atemzug, der aus meinem Herz herauskommt, entfaltet sich in die Unendlichkeit. Und jeder Atemzug, der in mein Herz hereinkommt, entfaltet sich in die Unendlichkeit. Nun atme ich ganz ruhig und gelassen durch mein Herz in die Unendlichkeit. Ich atme ein und sehe, wie mein Herz die Unendlichkeit aufsaugt. Ich atme aus und sehe, wie mein Atem sich in kleinen Partikeln in der Unendlichkeit ausbreitet. Ich genieße diesen Zustand. Ich bin verbunden mit der Unendlichkeit. Ich bin verbunden mit dem Raum aller Möglichkeiten. Ich weiß, dass in der Unendlichkeit alle Möglichkeiten existieren. Und nun bringe ich meinen Fokus auf eine gewünschte Möglichkeit in dieser Unendlichkeit. Ich sehe mich in meinem gewünschten Umfeld. Ich sehe meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich sehe mich vor Freude tanzen und springen. Ich sehe mich lachen. Ich sehe mich ausgelassen im Umkreis vieler glücklicher Menschen. Ausgelassen und fröhlich. Ich spüre diese Fröhlichkeit in meinem Körper. Ich spüre diese freie Freude in meinem Körper. Ich entspanne mich hundertprozentig in diese Fröhlichkeit. In diese endlose Fröhlichkeit und Liebe, die aus dieser Fröhlichkeit der vielen Menschen ins Unendliche ausgestrahlt wird. Das Unendliche ist voll, voll Fröhlichkeit, voll Liebe, voll Herzenswärme. Dieses spüre ich nun in mir, in meinem Körper. Mein Körper verbindet sich mit jeder Zelle, mit dieser ausgelassenen Fröhlichkeit, mit dieser wunderbaren Freiheit. Und ich fühle mich glücklich, Teil dieser unendlichen Liebe, Freiheit und Fröhlichkeit zu sein. Ich bin es. Das bin ich. Das ist in mir. Das ist in meinem Körper. Das ist in jeder einzelnen Zelle meines Körpers. Ich bade mich darin. Ich weiß, dass ich jederzeit dorthin zurückkommen kann. Ich atme noch einmal tief ein und aus. Verbinde mich noch einmal mit dieser wunderbaren, fröhlichen, glücklichen, liebevollen Energie. Ich nehme sie mit in jeder Zelle meines Körpers, wenn ich langsam meine Füße bewege, meine Hände bewege, meine Handgelenke bewege. Noch einmal einatme und nun meine Augen öffne. Und wenn ich in den Raum hinausschaue jetzt, ich sehe, wo ich bin, ich sehe mein Zimmer. Aber ich sehe auch den Raum, den ich gerade in meiner Meditation betreten habe. Er ist immer hier, in meiner Aufmerksamkeit. Er ist immer Teil meiner Aufmerksamkeit. Ich kann mich jederzeit mit diesem Raum verbinden. Er ist immer bei mir. Nur allein durch meine Aufmerksamkeit und diesen wunderschönen Raum, diese wunderschönen Gefühle bin ich damit verbunden. Den ganzen Tag durch kann ich mich durch meine Aufmerksamkeit mit jedem schönen Gefühl verbinden. Ich bin bereit für den Tag und ich freue mich. Ich bin bereit für mich. Ich bin bereit für mich. Ich bin bereit für mich. Untertitelung des ZDF, 2020